Herzlich Willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Debian Pakete deinstallieren mit DBKG. Wenn ein installiertes Paket entfernt werden soll, dann werden zwei Möglichkeiten angeboten. Entweder werden zwar alle Dateien entfernt, aber die Konfigurationsdateien des Paketes bleiben installiert oder es werden wirklich alle Dateien, auch die Konfigurationsdateien entfernt. Zum normalen Deinstallieren ohne Entfernung der Konfigurationsdateien wird folgender Befehl benutzt. DBKG-R oder Minus Minus Remove und Paketname, zum Beispiel Simple Screen Recorder. Um wirklich alles zu entfernen, benutzt man DBKG-P oder Minus Minus Purge. Paketname, zum Beispiel auch wieder Simple Screen Recorder. Paketname ist hier der Name des Paketes, nicht der Name der Paketdatei. Wurde die Datei Simple Screen Recorder.deb installiert, zum Beispiel, so ist der Paketname einfach nur Simple Screen Recorder. Das Entfernen der Pakete geht in folgenden Schritten vor sich. Erstens, das Pre-Remove-Skript des Paketes wird abgearbeitet. Zweitens, die zu entfernenden Dateien werden gelöscht. Drittens, das Post-Remove-Skript wird abgearbeitet. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück! Vielen Dank! Vielen Dank.